Und hier sind halt Ressourcen. Ich will eigentlich noch gar nicht wissen, was da ist. Es ist wahrscheinlich Eisen und Kohle und alles. Aber das produzieren wir ja gerade alle. Deshalb brauchen wir halt Arbeiter und dass die Wirtschaft hier anläuft. Ich denke, ich werde nachher auch nochmal einfach so einen Bauernhof hinbauen. Denn halt Reserve, die in den Landverschichten. Er greift mich wieder an! Bad Bitch! BAM 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 Wovon! So. Bye! Wie viel Holz liegt denn hier rum? Ah, geht so tatsächlich. Überlege halt, ob ich hier noch ein Forsthaus hinmache und noch einen Holzfäller. und hier fahre ich noch ein Säge weg und ich glaube, das mache ich jetzt auch. Weil, einfach nur, weil wir es können, tatsächlich. Wir sind jetzt in der Lage, dass wir anfangen, nicht mehr das Werkzeug zu haben für die ganzen Gebäude, die wir herstellen. Aber das Problem ist halt lösbar. Meine Produktionen sind in der Kette nicht gefangen, wie wenn auch weiter transportiert ist. Das ist halt nur die Optimalikette, die ich gerne errichte. Sieht man das irgendwie militärisch? Hier, da baut halt Soldaten nach und so. Schade, dass die... oh Gott. Nicht, äh, ich sehe welcher... Ich würde schon gerne sehen, dass es verschiedene Farben hätten, damit ich weiß, gegen welchen ich von beiden jetzt kämpfe. Ich kann es halt nur an der Statistik erahnen. Ich meine, bis hierher geht wahrscheinlich die eine KI. Irgendwo hier geht die so lang. Hm. Ja. Aber das kriegen wir hin. Es läuft halt langsam an. Ganz langsam. Ja. Wir warten jetzt erst mal, bis die ganzen Gebäude hier besetzt sind mit Mitarbeitern. Mitarbeiter! Kommt vorbei und schaut dich an. Gehst du dir bei der Geräte Mühle? Schaust dir mal an. Hier, Mitarbeiter. Grüße an, Robbubble. Da sieht es nie aus. Aber ist egal. Ich werde ein bisschen wieder angegriffen. Das ist irgendwie eine Art Routine geworden. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam. Und hier produziert ich ein bisschen Gold. Warum auch nicht? Hier, alles Gold. Alles hier, Gold. Also nichts, was wir hier oben. Hier ist auf jeden Fall eine Insel noch. Und hier unten ist noch eine Insel. Und ich habe nur eine bekommen. Immerhin habe ich eine bekommen. Egal, hier ist halt die Bauteil. Ich hätte natürlich jetzt mit Baracken mich vorprügeln können, aber das wollte ich nicht. Ich wusste ja nicht, dass es so lame wird gegen die KI, nenn ich es mal. Aber, naja. Genau, das ist bestimmt eingestellt. Könnte aber schießen, falls notwendig. Und er greift mich wieder an. Er greift mich halt mit den billigen Soldaten an. Das macht es mir halt extrem leicht. Oh, da kommt ein Gewankt ab. Da kommt einer, der Gewankt ist. Okay. Ich habe halt die krassen Dudes. Und das ist wie gesagt, es geht maximal auf eine 50-50 Chance hoch. Alles andere, ich stehe halt, ich bin immer besser bis zu einer 50-50 Chance. Und lange der halt immer noch vier schickt. Please. So. Ich denke, wir haben jetzt bald mal die ganzen Gebäude besetzt, oder so. Ja, langsam, langsam. Ach, das war das Problem mit der Bäckerei. Die Statistik war so scheiße, dass hier in der Bäckerei nie was hergestellt wird. Weil das super unwahrscheinlich ist. Warum, wenn das Hundeholz so unwichtig ist? Wie Holz, please. Ich werde immer wieder angegriffen. Ah, schau. Jetzt ziehen wir es mal kurz hoch. Wollen wir mal hier noch eine Schmiede. So. Na, bis das erste Nudel ankommen, das kann eine Weile dauern. Na, ich wäre, mein Minimum wäre halt, bis hier jetzt eine Wachtung vorzurücken, weil andere wäre natürlich total doof. Aber solange der mich hier noch fröhlich angreift, sehe ich. Also es ist halt aus Storn, bei Pokémon nennt man das aus Storn, einfach da sein und warten, bis der Gegend sich selber kaputt gemacht hat. Man ist einfach die Wand. Und das versuche ich auch tatsächlich gerade so ein bisschen. So lange ich meine Produktion im Hintergrund noch voll am Leben erhalten kann. Das ist, denke ich mal, auch eine ganz Strategie, die ganz okay ist. Ich überlege, ob ich dann wirklich hier eine Schmiede hinbaue, oder ob ich das einfach einstelle. Ich glaube, ich möchte hier die Schmiede hinbauen. Wenn ich hier die Schmiede hinbaue, muss ich hier oben auf jeden Fall eine Brauer hinbauen. Was an sich kein Problem wäre. Ich könnte hier eine Brauerei hinbauen. Leicht mache ich das sogar. Ich mache das. Wir bauen hier noch einen Bauernhof und wir bauen hier eine Brauerei hin. Keine Bäckerei. Und eine Brauerei. So, fängt auch mit B an. Ist eh nicht, aber ist, ja, ist halt ähnlich. So, bam. Dann machen wir das mal. Und dann können wir dann hier auch die Schmiede hinmachen. Wenn nicht hier oben die letzten Gebäude besetzt hat. Ja, die Bäckerei ist halt so ein Problemkandidat. Ne, jetzt mal. So. Was wir jetzt machen werden, ist, wäre, wenn wir jetzt hier auf jeden Fall einfach mal so noch einen Bauernhof hinbauen. Hier. Und hier hin. Damit die Produktion auch so weit läuft, wenn es mal nicht gut läuft. Das klingt zwar jetzt komisch, aber ich denke mal, ihr wisst, wie es gemeint ist. Komm, dann eigentlich mal. Ich produziere doch jetzt mit Absicht extrem viele Leute mit Nudelholz und die ganzen Esel hier. Das ist echt super. Außer. So. Oh, er baut's. Seine Wachstufe zu fest. Oh, er verliert. Er verliert wahrscheinlich gleich. Boi. Er baut die Aus. Können sein, dass das Kohlekraftwerk Kohlebergwerk Verlieren. Nö, tue ich nicht. Das hat doch gereicht. Die Festung ist stark. Die Festung ist stark in dir, mein Junge. Ich hätte mich langfristig mit mehr Leuten angreifen können, aber ich habe halt immer noch. Ja, okay. Die renken hier langsam ab. Das ist gut. Weil wie das hier feinlich ist und das ist schon neu. Das ist schon quasi schon außer Gefahr. Das ist so random. Aber er produziert keine Münzen mehr. Das heißt, das gewinne ich. Ja, ist jetzt nicht schlimm. Naja, geht's für mich schneller, wenn er mich mit mehr Leuten angreift. So ist denn jetzt der Scheiß, die heißt Begreiber setzt. Dann kann ich hier den einen ausschalten. Dann haben wir das auch. Dann können wir halt hin und her switchen. Falls notwendig. Ich frage, ob er seine Gebäude voll bekommt. Aktuell noch, ja. Das ist drei. Das sind ganz, ganz voll. Das ist in der Front, wenn einer fehlt. Mal schauen. Keiner, aber der Gebäude. Läuft vielleicht irgendwo mal jemand im Bäcker mitzlang. Nudelholzfahrt auf Bäcker. Ja. Oh, die ist da. Perfekt. Dann kann ich jetzt nämlich erstmal die Schusserei sagen. Hier. Oh, Produktion aus. Und dann produziert er klappt auch die Ressourcen zu Ende. Und ja, er produziert die Gebäude noch zu Ende, aber es wird nichts mehr geliefert. So rum war es. Aber das ist absolut okay. Ähm. Standard. Nudelholz. Ah, ich verstehe es nicht. Ich muss es nicht verstehen, oder? Ja, genau. Dann würde ich mit hier und dann habe ich hier auch meine Brauerei, die hier oben ist. Ja, also es wird entweder halt in den Hafen, es wird in den Hafen geliefert. Und das wird hier auch halt in den Hafen geliefert. Das ist gut. Äh, ich denke mal schon, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Weil es der kürzeste Weg ist. Es ist auf jeden Fall kürzer als bis hier runter zu dem Lagerhaus. So, in dem ja, dann müssen ja die ganzen Soldaten auch noch hergestellt werden. Weil hier haben wir halt das hier, also Schwerter und Schild und Bier. Und wir haben halt abartig viel Wasser. Schauen wir mal einen Blick auf Statistiken. Bier, Zustände, Wirtschaft. Ähm. Ja, wir überholen gerade die KI. Äh, weil wir halt jetzt hier war nicht Granit. Ähm. Wir überholen halt gerade die KI. Das ist an sich gut. Genau, und hier unten haben wir halt auch noch über Ressourcen, die wir anzaubern können hier oben. Das ist noch völlig unerforscht. Aber ich werde auf jeden Fall erstmal wir werden mal auch äh, bei der Verteilung von Essen, ne? Äh, wieder Standard herstellen. Wobei, Gold braucht nicht so viel. Normal wie Eisen halt. Hier kommen langsam die krassen Loots an, ne? Also von ihnen zumindest bei mir sind es sowieso die ganzen, ne? Ich weiß, es ist noch mit Krasnus voll. Ah, ich werde mal das... Wir werden mal bei weit auch mal so machen. Machen das mal so. Dann welche Seite produzieren, dass wir weniger Soldaten rumliegen haben? Aber es sind halt Messeldaten in scheiß Gebäuden drin, ne? Ach, das ist hier... Achso, weil es direkt an der Feindesgrenze ist quasi. Okay. Also es werden halt Daten produziert, die nicht gebraucht werden. Also ich kriege hab dann halt Gold hochgepumpt und so. So. Äh. Okay, das ist halt dann halt nicht... Ist halt nicht so. Aber ich produziere jetzt hoffentlich genug Ressourcen. Bäm, 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 bäm. Ich könnte halt versuchen noch irgendwo so. Ja, dann versuchen wir's mal hier, will ich sagen. So, ähm. Ich werde mir das mal eiskalten mitten im Projekt. Wir gehen mal vor auf die Festung noch. Kurz was zu trinken einschwenken. Wunderschöner Orangensaft, weil ich es noch nicht gesagt habe. Von einer beliebigen Marke, der Ende des Buchstabens auf, äh, Ende des Namens auf keinen Fall ein alphabetischer Buchstabe ist. Tja, find es raus. Schreibt's jetzt in die Kommentare, was für ein Getränk trinke ich. Wir müssen jetzt hier ziemlich viel Holz rumliegen haben. Genau, und Steine auch, aber, okay. Ich hätte nicht von der abgebrochenen Brülle... Ich verstehe halt nicht, was ich hier noch bauen soll. Es ist halt, mhm. Ich meine, ich kann ja nicht mal Holz drauf produzieren. Wo ich einen Wachtturm habe. Der, weil der will... Naja, er ist halt da. Der Wachtturm ist halt da. Gott, das muss doch krass aussehen hier mit seinen... Er muss, das muss ihn noch militärisch mitnehmen. Ich bin ein bisschen militärisch viel besser als ihr dran. Als beide. Okay, wir werden wahrscheinlich hier unten... Hier, gehen wir jetzt mal durch, wo hier, die nächste Kräuter. Wir brauchen auf jeden Fall, das Kohle. Wir brauchen doch einen Kohle. Wir werden halt wahrscheinlich... Wir können ja nicht mal hier oben anfangen, auch Kohle abzubauen. Hier ist so garantiert irgendwo Kohle. Wir brauchen halt nur mal irgendwo einen Durchbruch, der nicht so sehr wehtut. Ja, dann bauen wir halt hier Kohle ab, genau. Nein, nicht hier, sondern wir bauen mal hier Kohle ab. Weil ich glaube, die verbrauchen halt auch die Slots um sich herum um sich herum, nenn es mal. Dann kann das abgerissen werden. Das Erinnerung bleibt halt eine Fahne zurück. Ich werde sie wieder so vergessen. Ja, noch kann er seine Gebäude voll besetzen, ne? Mal so. Na komm, wenn ich das hier eingenommen habe, baue ich hier unten eine Baracke hin und kann dann hier durchbauen. Das wird glaube ich ziemlich vieles vereinfachen, hier einen Durchbruch zu haben. Ich hoffe mal, man kann es hinbauen. Das sieht zumindest aus. Na, werde ich ansehen. Jetzt, wo er auch da Wachtürme für mich, Wachtürme für mich in Anführungszeichen hingebaut hat. Kann ich ja dann nachher drüber nachdenken. Ich könnte es halt schon beschleunigen. Ich könnte hier oben anfangen, Gold abzubauen. Weil es halt an der Front ist. Und Front-Stuff wird sehr fort abgebaut. Weil hier ist an der Front ist. Hier ist Kohle, okay. hier noch so ein Durchbruch an den ganzen Mauernhöfen vorbei. Das sieht doch wunderbar aus. In diesem schönen Stein in der Mitte. Ich glaube, das ist da ein Auge oder so. Das ist eher sehr gut. Oh, wir machen den immer wieder an. Die Schmiede sind nicht angemacht. was war denn hier alles? Hier war irgendwo war hier auch Gold. Aber wir positionieren sowieso jetzt nochmal hier oben Gold. Ich merke jetzt nicht, dass es hier überall nur Kohle ist. Kann ich ja einfach nicht glauben. Ist wirklich hier nur Kohle? Okay. Ich dachte, ich hätte ja krasse Ressourcen zur Verfügung. Unten ist ja auch noch Kohle, ne? Aber nö, ich will ihn noch nicht angreifen. Er ist noch zu stark, in Anführungsstrichen. Es sind noch sowieso Daten drin, ne? Aber wenn ich ihn jetzt angreife, dann macht er auf jeden Fall einen Gegenklag zu machen. Ich meine, er greift nicht. Aber wir wissen ja, wie die KI tickt, ne? Wenn die KI nicht weiter kann, der Gegner also preist sich maximal aus. Und Ja, dann komm, dann bauen wir jetzt oben noch Kohle ab. Tun wir es halt. Äh. Kohle. So, ähm. Da war Granit. Okay. Ja, Granit können wir nicht auch abbauen. Ah, hier unten war Kohle und Eisen, denk ich mal. Genau, hier war Eisen. Genau, okay, wunderbar. Ah ja, das Goldberg war alle. Das offenbar auch nichts in der Nähe. Was ist denn hier? Schauen wir mal nach, was hier ist. Wir können ja halt anfangen, das zurück abzubauen, deswegen, darum geht es ja gerade. Weil ich jetzt Essen habe. Schauen wir mal in die Statistik rein. Es liegt zumindest jetzt nichts rum. Wir haben keinen Überfluss an Schinken und auch keinen Überfluss an Brot. Also produzieren wir eine Grenze auf Deutsch. Und wir haben schon wieder einen Phantom-Soldaten gegen den wir gewonnen haben. Das ist toll. So. Dann produzieren wir jetzt hoffentlich gleich wieder sehr viele Soldaten. Okay, hier ist Eisenerz und hier ist Kohle. Das ist gut. Ich baue das jetzt mal einfach ab. Ich denke mal hier können wir können hier einen Bauernhof hier machen. Hier eine Mühle und hier eine Bäckerei. Was? Was ist denn Hammer genug? Was ist denn Hammer genug? Oh, greift ihr mich wieder an? Ich glaube, warum werden die angezeigten Soldaten? Das ist strange. So, bam. Ach, hier war Kohle. Ah, müssen wir jetzt noch Kohle abbauen. So. Na ja, langsam. Wir müssen halt nur das Maximale aus der Fläche herausholen. Ich bin hier in der Ecke ganz viel abbauen. Und hier unten halt. Wir könnten hier unten halt noch Staff hinbauen. Ich denke mal, dass wir immer jetzt auch tun. Indem wir jetzt einfach hier empfangen, das abzuholzen. Dann können wir hier noch... Dann können wir hier noch eine Produktionsstätte hinbauen.